So, dann müssen wir direkt zum nächsten, ne? Das Frühstück für die ganzen Männer. Boah, krass. Kranke Scheiße hier. Oh, wir haben am helllichen Tag... Alter, wir müssen jetzt 170 Meter. Ich hab eh nichts mehr, großartig. Ich hab jetzt noch die Leuchtpistole hier. Da unten liegt auch was am Boden. Ja, deine Akustik-Kitarre. Ja, dann ist mein Dude mehr gerettet. Okay, hier ist ein Zug. Oh, das ist cool. Das ist zu relaxant oder sowas. Boah, wie soll man denn hier durchkommen? Fahrt zur Hölle! Lauf, Laufschlampe! Scheiße! Komm schon mal! Oh nein! Komm rein hier! Was ist das denn bitte? Ein Stabelgabler. Warst du denn ein Stabelgabler? Ja, der fragt, was ist das denn hier? Ich sag Stabelgabler. Was ist das denn hier? Das ist das denn hier? Ja. Ah, ich sag we die Deus. Okay. So 30 Meter Das war knackig Was war das, ach du hast das Ding schon zerstört Was war das, ach du hast das Ding schon zerstört Ich hab irgendwie eine MP hier War das ein Herkules-Sombie oder was? Fuck you, ey Miese Qualität So Hast du schon von Battlefield gehört, dass du jetzt den letzten Donut rausbringen? Den letzten? Ja, fürs Battlefield 4 Oh, nö, nicht wirklich Wo kommst du denn her, Ohrschloch? Ich hab mich in letzter Zeit da eigentlich kaum noch irgendwie beschäftigt Okay, wir können abhauen Okay Habe ich ihn überhaupt noch? Zu saufen und hier Ja Bist du total irre? Jetzt müsstest du zu den 4.000 Metern da, ach du Scheiße, ey Oh, nö, in der Art Verdammt runter! Fuck So einen großen LKW, so ein Kipplaster, das ist aber doch mal was Hey, Vorsicht! Wäähm, wäähm, oder so ein Feuerwehrlaster Oh, da ist ein Lautsprecher Scheiße, ich hab keine Dingenswaffe, keinen Schusswaffe, egal Lassen wir ihn halt heile Versuch mal dahin, das ist ein Safe-Punkt Vielleicht kann ich den jetzt mal freischalten für uns Ist sowieso weiter Aber wie soll man denn da hinkommen? Oh, verdammt nochmal! Ja, jetzt kann man ja nicht mit dem Auto durch, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da durchkommen, ey? Komm, lauf, lauf, Mann! Lauf, 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 lauf! Fuck you, lauf! So, da hinten hoch müssen, dann werde ich mir jetzt mal den Bagger hier schnappen. Und hoffen, dass man hier durch kann. Woah, Zeit für ein neues Auto! Oh, fuck. Joach, wie komme ich da hin, verdammte Scheiße! Ich bin hier, Gott, ich muss ganz woanders lang latschen, ey. Das ist ein Dampfwalze, das ist gut. Dampfwalze sind immer geworden, es werden immer mehr Zombies hier, ey. Ach, um, oh ja. Schrei mich nicht so an, du blödes Vieh. Ist nicht hier irgendwo? Doch. Ich glaube hier drinnen. Ja, stimmt. Oh, ich habe es geschafft, ich fass es nicht. Erstmal zu fressen aufsammeln hier. Krass. Ui, ui, ui. Hey. Die Haare nicht so vorsichtig wären, erinnert der Typ mich ein bisschen an Alexi Bexi. Aber der Track nicht so eine dicke Brille, ne? Also so eine große. Ich glaube hier, der hat eine kleinere. Ja, ich glaube auch. Du bist okay, Nick. Du bist in Ordnung. Komm schon, Annie. Wir müssen zu Angel. Ich passe auf dich auf. Krass. Was? Ja, die ganze Story ist schon total lustig. Aber ich brauche auf jeden Fall was zu fressen. Ja, warte, 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 hier. Auf dem Boden. Okay, danke. Komm, noch Schusswaffen können wir auch stocken. Jetzt müssen wir wieder ans andere Ende der Stadt. Wollen die mich verarschen? So, jetzt wollte ich mal gucken, genau. Wegpunkt. Ne, das ist kein Wegpunkt von mir. Sondern? Keine Ahnung. Der ist nämlich außerhalb der Karte eigentlich gewesen. Äh, okay. Hier ist noch Bier, falls du brauchst. Ja, ich hab noch Whisky. Okay. Boah, 600 Meter. Ich hoffe, mal der Dampfwalz ist noch da. Telefon. Boah, beim Busdepot in Almuda ist ein Typ, der wegen irgendwelchem Schmuck rumholt. Nimm Taschentücher mit. Müssen wir die auch machen? Na klar. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Alle mitnehmen. Ey, wenn ich jetzt wüsste, wo ich mir ausgemacht hab. Ich seh den Wegpunkt nicht. Ähm. Ganz unten. Diagonal. Von dem Stadtteil, wo wir jetzt sind. Und scheiße, ich seh grad nur den normalen Wegpunkt. Bin ich einfach nur blöd oder? Ach. Wenn ich mich so drehe. Wo war er jetzt? Da hinten irgendwo. Ja. 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 Ja.